Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von 10x4U. Heute gibt es das zweite Video zum Gigaset GS4 Senior, wo ich ein bisschen auf die Einrichtung eingehen will. Die habe ich jetzt natürlich schon gemacht, aber ich möchte euch gerne mal zeigen, was wir jetzt eigentlich alles angepasst haben und wie ich mir das so ein bisschen vorstelle, wie meine Oma dann damit umgehen kann. Das erste, was man hier schon sieht, ist, das hat man glaube ich im ersten Video auch nicht gesehen, der Sperrbildschirm wurde angepasst, was ich sehr schön finde. Hier, man hat eben oben immer diese analoge Uhr, man hat dann eben das Datum mit dem jeweiligen Tag und wie man hier auch schon lesen kann, um das zu entsperren, gibt es hier eben keine Wischgeste, sondern man hat eben hier jetzt das Schlosssymbol, wo man einfach gedrückt lässt. Man muss fairerweise sagen, das ist kein klassischer Sperrbildschirm, das ist eigentlich nur eine App, die sich immer vorschaltet. Man merkt das auch, wenn man jetzt hier wischt, kommt eben auch schnell die Bedientasten hoch. Aber das ist glaube ich zu vernachlässigen und wenn wir das entsperren wollen, lassen wir einfach gedrückt und sind wieder in der Oberfläche, die man auch schon im ersten Video gesehen hat. So, was man jetzt hier aber auch sieht, wie zum Beispiel Benachrichtigungen aussehen, das würde bei WhatsApp genauso sein, dass man eben die Anzahl der Benachrichtigungen hat und dann diesen orangen Strich, was wirklich deutlich auch zeigt, hier ist was. Also das hatte ich auch nicht so gut erwartet. Wie man hier eben auch schon sieht, man kann auch Drittanbieter-Apps ganz normal aus dem Play Store installieren. Dafür braucht man eben ein Google-Konto und man kann die hier auch auf die Startseite packen und die Startseite anpassen, was wir ja gemacht haben. Man muss hier eben nur fairerweise sagen, wenn man jetzt WhatsApp öffnet, ist das eben das klassische WhatsApp. Da gibt es eben keine eigene Oberfläche, wie das jetzt zum Beispiel bei SMS oder Telefon der Fall ist. Was wir eben bei WhatsApp noch gemacht haben, ist einfach die Schriftgröße größer zu stellen, dass sie das besser lesen kann. Und generell, da ist ja ein ganz normales Android hier hinter dem System. Und wir haben eben allgemein den Dark Mode eingestellt, einfach, oh Entschuldigung, damit der Kontrast einfach besser ist in manchen Apps. Und genau, was wir noch gemacht haben, wir haben oben diese Schnellzugriffsleiste angepasst, indem wir jetzt in der ersten Reihe wirklich nur den Ton eingestellt haben. Wir haben den Nichtstören-Modus, Taschenlampe, Kamera, diese Rotationssperre und den Datenverkehr. Und wenn man jetzt in der zweiten Reihe, haben wir dann noch Bluetooth-Standort und den Energiesperre-Modus, einfach, um sie nicht zu überladen, aber dass sie selber halt auch ein bisschen Kontrolle hat über das Telefon. Man sieht auch hier, dass das noch gar nicht auf voller Helligkeit ist. Das habe ich jetzt fürs Video runtergeschaltet. Man würde natürlich jetzt hier in die Einstellung kommen. Das kann man auch nach wie vor. Was GigaSat allerdings gemacht hat, diesen Warnhinweis vorzuschalten. Das kommt eben jedes Mal, wenn man die Einstellung öffnet, selbst wenn eine andere App in die Einstellung springen möchte. Man kann die Einstellung dann trotzdem öffnen oder wenn man jetzt eben sagt schließen, dann springt man auch wieder zurück. Und was mir bei den Einstellungen sehr schön gefällt, gerade was dieses Thema Systemupdate angeht, das habe ich jetzt natürlich nicht mehr hier, aber wenn wir mal gucken, da ploppt natürlich dann oben in den Benachrichtungen auch auf, hey, du hast eine neue Systemaktualisierung. Und selbst diese Oberfläche, bin ich der Meinung, wurde angepasst, weil man dann halt einfach nur den Hinweis hat, es gibt hier eine neue Aktualisierung. Und man kann dann unten eben sozusagen Starten drücken. Und dann geht eben oben dieser Ladebalken so weiter, bis eben diese Aktualisierung installiert ist. So, dass ich mir eben vorstellen könnte, dass meine Oma dann auch in der Lage ist, da so eine Sicherheitsupdate zu machen, ohne vielleicht genau zu wissen, warum sie das eigentlich tut. Aber sie kann das eben relativ einfach selbst machen, weil man sieht hier, man hat hier halt auch nur wenig Text. Dann die beiden Schaltflächen, wenn man das eben gestartet hat. Und dann läuft eben diese Aktualisierung oben weiter. So. Was wir auch noch gemacht haben, das war mir persönlich auch wichtig, wenn man jetzt hier auf mehr geht, hat man eben weitere Plätze, wo man sozusagen Apps hinpacken kann. Wir haben jetzt hier auf die zweite Seite noch den TeamViewer Quick Support installiert, einfach weil du das ja hoffentlich nicht so oft brauchst, sodass es auf der Startseite nicht sein muss, aber in den weiteren Apps. Und das ist eben dafür da, damit man ihr Handy aus der Ferne eben auch steuern kann und sich angucken kann, was da los ist, wenn sie jetzt mal irgendwie ein Problem hat, dass wir uns das eben einfach ansehen können. Und das geht halt auch wunderbar einfach. Wichtig ist natürlich, dass sie eine Datenverbindung hat. Wir haben hier jetzt auch einen Datentarif rausguckt, weil sie ja WhatsApp sowieso auch nutzen wollte, wo sie jetzt irgendwie zwei Gigabyte im Monat hat und man optional auch nochmal was dazu buchen kann pro Monat. Das heißt, sie startet das jetzt. Das Gute ist, sie braucht hier auch nicht mehr machen, als das erstmal zu starten. Dann wird eben natürlich die App geladen und die Verbindung wurde eben eingerichtet. Dann sieht man jetzt hier ihre ID, die ich für euch natürlich ausblende, damit ihr die nicht seht, aber normalerweise steht die da. Und wenn ich jetzt auf meinen PC gehe, kann ich mich eben mit dem Handy verbinden. Ich mache das nochmal kurz und dann wechsle ich gleich nochmal rüber. Das heißt, ich würde jetzt ihre ID bei TeamView eingeben, sage verbinden. Dann kriegt sie nochmal, was ja richtig ist, eine Anfrage. Hey, hier will sich jemand mit deinem Handy verbinden und sich raufschalten. Das ist ja auch so ein Datenschutzaspekt. Ist das in Ordnung? Ich könnte jetzt hier meinen PC nochmal ordentlich benennen, dass da eben nicht Desktop und dann diese kryptische Zahl steht, damit sie eben genau weiß, dass das jetzt von mir kommt. Dann kann sie sagen zulassen. Dann lädt der eben diese Verbindung und dann springt der auch wieder direkt in diese Übersicht zurück, die wir ja schon kennen. Wenn man jetzt nochmal oben ins Menü geht, dann sieht man aber hier auch, dass da jetzt eben eine Verbindung aktiv ist. Also kann man sich halt auch immer sicher sein, ob da jetzt was aktiv ist oder nicht. Und das werden wir ja auch nochmal zeigen, einfach damit sie wirklich den Überblick über ihr Telefon hat, weil am Ende ist es ja ihr Telefon und sie soll sich damit ja auch sicher fühlen. Genau, und hier erscheint eben auch diese Benachrichtigungen zur Systemaktualisierung. Das finde ich eben auch schön. Ich bin der Meinung, das wurde auch angepasst. Malerweise würde da ja wahrscheinlich irgendwas von Update stehen, aber selbst diese Benachrichtigung wurde nochmal angepasst. Und wenn man da jetzt eben drauf drückt, dann kommt man wieder in diese Maske, wo man eben dieses Update installieren kann. Genau. Dann switche ich nochmal ganz kurz, dass wir mal gleich gucken, wie es jetzt aussieht, wenn man das über Teamviewer steuert. So, da habe ich das auch schon mal gestartet. Im Prinzip haben wir jetzt hier die klassische Teamviewer-Oberfläche, nur dass wir jetzt hier eben den Handy-Bildschirm sehen. Und was ich eben sehr schön finde, es gibt zwei Varianten, wie man Teamviewer verwenden kann. Das kommt immer so ein bisschen aufs Smartphone-Modell an und generell, was da für ein System installiert ist, etc. In der einfachsten Variante sieht man den Bildschirm und kann dann eben irgendwie so Zeichen geben, so was wie klick mal hier oder so. Da würde eben auf dem Bildschirm des anderen dann so ein kleiner Pfeil oder irgendwas erscheinen, wo man sagt, hier, guck mal, klick mal wieder rauf. Das Schöne ist aber, zumindest bei dem Gigaset-Modell ist es so, das unterstützt auch richtig die Bedienung. Also wir können jetzt hier eben tatsächlich auch klicken und man sieht eben, wie das dann auf dem Handy auch weitergeht. Oder wir könnten sogar, da muss ich mal gucken, das ist natürlich immer ein bisschen tricky mit der Maus. Also es geht auch so weit, dass man hier zum Beispiel auch das Quick-Menü öffnen könnte und dann hier eben zum Beispiel, wenn sie sagt, sie möchte hier oben ein Schnellmenü angepasst haben, dann kann ich das eben nochmal ändern. Dann können wir das für sie einrichten, wie auch immer sie das haben möchte. Oder wir können natürlich auch direkt in die Einstellungen gehen und da irgendwie Einstellungen vornehmen. Was natürlich nicht geht, zum Beispiel Banking-Apps sind dann geschützt. Die sieht man nicht, da ist ja nur ein schwarzer Bildschirm, was ja auch richtig so ist. Aber so für alles andere kann man hier eben sehr viel über den Quick-Support auch machen. Man könnte jetzt hier eben auch noch gucken im Dashboard, wie allgemein der Zustand des Geräts ist, Akku, Arbeitsspeicher, wie CPU. Und da hat man eben noch die ganzen Daten hier. Was ich noch ganz charmant finde, unter Apps sieht man eben im Teamwork, was alles installiert ist auf dem Gerät. Und unter Einstellung hat man so gut die Materie einstellungen. Also man könnte zum Beispiel auch noch ein WLAN hinzufügen, womit sich das Gerät dann verbindet. Aber mir war ja vor allen Dingen wichtig, dass man eben hier die Möglichkeit hat, das auch zu steuern und dann eben irgendwie mal aus der Ferne unterstützen kann. Und das, wie ihr seht, funktioniert wunderbar. Was ich noch nicht getestet habe, wie gut das funktioniert, wenn es jetzt tatsächlich auch über das Mobilfunk läuft. Aber da sie hier einen LTE-Tarif hat und ich, soweit ich weiß, Teamwork-Ressourcen spart, das sollte das auch nicht das Problem sein. Und ein schöner Nebeneffekt ist, wie ich finde, wenn es auch mal darum geht, dass sie jetzt irgendwelche Unterlagen hat, wo sie jetzt mal schnell eine Meinung braucht, kann sie natürlich theoretisch auch sagen, sie öffnet jetzt mal die Kamera. Und dann sehen wir das eben auch auf dem, auf dem Team-Viewer-Bild. Das kann natürlich sein, dass es da nicht so schön ruckelfrei ist, wie jetzt über WLAN. Aber prinzipiell sieht man hier eben schon, sie kann das Handy nehmen, sie muss nur die Kamera aböffnen und wir haben fast ein Live-Bild dann. Das ist natürlich nochmal so ein charmanter Nebeneffekt, der halt auch nicht zu unterschätzen ist für sowas. Also alles in allem sind wir bisher sehr zufrieden. Wir konnten die das leider noch nicht vorbeibringen, weil das, naja, das Heim jetzt gerade wieder im Corona-Lockdown ist. Aber wir werden das schnellstmöglich nachholen und sie freut sich da auch schon sehr drauf. Ja, also ich kann es nur bisher empfehlen. Wir müssen natürlich gucken, wie es sich so in der Praxis macht, aber gerade in Verbindung mit dem kostenlosen Team-Viewer-Klein ist natürlich eine feine Sache, weil sie weiß, sie ist damit nicht alleine. Wenn wir ihr das übergeben, werden wir auch nochmal zeigen, wie das funktioniert. Werden wir auch zeigen, dass wir uns raufschalten können, natürlich nur mit ihrer Genehmigung. Und so, dass sie weiß, sie kann auf uns zählen und sie braucht sich keine Sorgen machen, wenn sie da mal fragen hat, dass wir dann ständig hinfahren müssen. Und an sich ist mir eben aufgefallen, bei dem ganzen Arbeiten bisher mit dem Gerät, dass es sehr performant ist, durch diese Einstellung, wie eben diese eigenen Oberfläche und dem Darkmoon, dass der Akku auch verhältnismäßig lange hält. Im Standard ist es übrigens so eingestellt, dass der nur bis 90 Prozent lädt. Das ist bewusst so gemacht. Das lässt sich in den Android-Systemeinstellungen einstellen. Einfach, weil das wohl Akkuschonender ist und dadurch die Lebensdauer dieses Akkus wohl um bis zu 50 Prozent verlängert. Wir haben das jetzt mal drin gelassen, weil wir gesagt haben, das kann ja nicht schaden. Und wir erklären dir das nochmal, dass es sich nicht wundert. Ansonsten sind wir soweit erstmal sehr zufrieden. Ja, lasst mich gerne wissen, was ihr bisher von dem Gerät haltet, so wie ihr es jetzt erstmal gesehen habt. Ob das vielleicht auch was für euch ist oder für eure Liebsten. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.